Ich habe mir schon gedacht, du trägst noch die Kufen, weil die gibt es ganz ähnlich und dann sagt er, die haben einen Arhang gefunden und dann sagt er, ein Spieß, so ein Burschen, das müsst ihr jetzt in die Kaserne transportieren und dann sagt der Steirers, da frauen sie mir zwei, das machen wir, geht hinten der Korporal her, nimmt sie auf die Seite und sagt, ein Burschen tut das nicht, das haben wir schon gehabt, zu zwölf waren sie unterwegs mit dem Auto, die sind alle in die Luft geflogen, zwölf Tote, kann nicht passieren, sagt er, wieso kann euch das nicht passieren, weil wir nur zu zweit sind. Geflogen!